Ein wichtiges Merkmal von Adjektiven ist, dass man sie steigern kann. Also du meinst so, du bist schnell, mein Hund ist schneller, aber ich bin am schnellsten. Du meinst wohl wie, du bist gut, aber ich bin am besten. Hey Mila, wusstest du, dass man Adjektive Dinge auch miteinander vergleichen kann? Stimmt, mit als und wie. Genau, als benutzt man, wenn zwei Dinge ungleich sind, zum Beispiel der Hund ist größer als die Katze und wie benutzt man, wenn zwei Dinge gleich sind, beispielsweise, dass du gleich alt bist wie ich.